Das Tudor Pro Cycling Team sollte man für 2024 auf jeden Fall kennen. Die Schweizer Mannschaft aus der zweiten Radsportliga hat sich mit interessanten großen Namen verstärkt. Insgesamt sechs Fahrer kommen aus der Worldtour. Wer die Mannschaft noch nicht kennt, das ist das Schweizer Vorzeigeprojekt. Namensgeber ist der Schweizer Uhrenhersteller Tudor, eine Tochtergesellschaft von Rolex. Klamotten und Räder kommen von Assos und BMC. Und im Hintergrund arbeitet der Olympiasieger Fabian Cancellara. Für die kommende Saison kommen sechs Fahrer von Worldtour-Teams zum Team Tudor. Unter anderem der ehemalige Europameister Matteo Trentin kommt vom Team UAE. Michael Stower kommt von FD Jeu. Alberto Darnese von DSM. Und dann haben wir noch drei Deutsche. Alexander Krieger, Marius Mayerhofer und Florian Stork kommen von Alpecine Koining bzw. auch vom Team DSM. Das sind alles keine kleinen Namen. Die ersten drei haben schon Etappen bei einer großen Landesrundfahrt Giro Tour Vuelta gewonnen. Und das wird auch der Auftrag für die kommende Saison sein, irgendwie Etappensiege und Spitzenplatzierungen für die Mannschaft zu erlangen. Und möglichst viele Punkte für das Projekt Aufstieg in die ganze Liga zu sammeln. Mit zum Beispiel Darnese und Mayerhofer für den Sprint, Trentin für so Klassiker-Parcoure, Stower wahrscheinlich der beste Bergfahrer der Mannschaft. Das Team Tudor verfolgt den Auftrag, den Schweizer Nachwuchsförderung voranzutreiben. Insgesamt sind in der Mannschaft acht Schweizer Fahrer und fünf Deutsche. Neben den drei Neuzugängen noch Mika Hemming und Hannes Wilsch, zwei jüngere Talente. Für das Team Tudor wird es jetzt in den kommenden Tagen darum gehen, ob die mit ihrer Mannschaft bei einer großen Landesrundfahrt an den Start gehen dürfen. Die Wildcard-Nominierungen für die kommende Saison sind noch nicht bekannt gegeben worden. Die 22 Startplätze teilen sich immer noch folgendem Schema auf. 18 Startplätze gehen an die Worldtour-Mannschaft, die sind verpflichtet bei Giro Tour und Vuelta zu starten. Dazu haben optionales Erstwahlrecht die zwei bestplatzierten Mannschaften aus der zweiten Liga, Lotto Destiny und Israel Premier Tech. Die haben allerdings auch die Option, wie zum Beispiel Lotto Destiny letztes Jahr beim Giro Gebrauch gemacht hat, abzulehnen und freiwillig nicht anzutreten. Die restlichen Plätze, mindestens zwei, bleiben dann über, die der Rennveranstalter an ein beliebiges Wildcard-Team aus der zweiten Liga geben darf. Die Rennveranstalter haben meist so ihre Lieblinge im eigenen Land. Cajarual ist häufig bei der Spanien-Rundfahrt, Yolo Comete aus Italien bei der Italien-Rundfahrt und auch Total Energy ist fast sicher bei der Tour de France. Und dann verbleibt noch eine übrig gebliebene Wildcard über, für die sich dann Tudor bewerben kann. Bleibt abzuwarten, ob sie es schaffen, nächstes Jahr bei einer großen Landesrundfahrt an den Start gehen zu dürfen. Die Chancen beim Giro Italia stehen gar nicht so schlecht, da auch der Namenssponsor Tudor auch Co-Sponsor ist vom Giro Italia selbst. Sind auf jeden Fall schon mal Kontakte geknüpft. Die Chancen beim Giro Italia Vielen Dank.